Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode des rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcasts von Rechtsgelesen mit Volker Zierke und meiner Person, Philipp Stein. Mensch, Volker, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir denn heute? Ich darf nicht mehr die Anmoderation machen. Ach so, wolltest du das machen? Nee. Das tut mir leid. Du darfst das Getränk einschenken. Volker, warum trinken wir denn Weißwein eigentlich? Wir sind heute nicht in deinem Wohnzimmer, ne? Nee, aber irgendwer hat mal gesagt, dass wir zu Podcasts immer saufen müssen. Wer hat denn das erzählt? Götz Kubitschek. Ich weiß nicht, aber ich komme ja auch nur noch deswegen zum Podcast. Ja, Prost. Also. Ja. Was willst du zum Weins sagen? Nicht viel. Kann nichts dazu sagen. Ich bin absolut kein Weinkenner. Er ist weiß. Und toll. Er, naja. Es ist ein Chablis. Das letzte Mal, wo wir Weißwein gesoffen haben, war der aus dem Tetra Pak, glaube ich. Und er ist ein Grand Cru oder sowas in die Richtung. Ja, ich weiß schon, es ist erste Lage sozusagen, ja. Aber die wichtige Information ist ja, dass er sozusagen in Frankreich direkt gekauft wurde. Und aus dem Supermarkt ist. Ja. Gut, hören wir auf, so viel Scheiße zu labern. Also, wir sind nicht in Volkers Wohnzimmer, wie in letzter Zeit öfter mal, sondern wir sitzen in einer gemieteten Wohnung in der Rue de Seine in Paris. Warum sitzen wir in der Rue de Seine in Paris, Volker, ich und einer unserer lieben Filmer? Weil wir, ja, eine kleine Dokumentation über Alain de Benoit oder besser gesagt über sein neues Buch gegen den Liberalismus drehen, das gestern, gestern war Dienstag der 16. Ne? 16. Hälfte. Weil gestern offiziell bei uns die deutsche Erstübersetzung seines, ja, man möchte fast sagen Monumentalwerks gegen den Liberalismus erschienen ist. Und wir uns recht spontan tatsächlich entschieden haben, ihm das Buch persönlich in seine Wohnung nach Paris zu bringen und die Gelegenheit zu nutzen, ihn noch abzufilmen. Und natürlich sämtliche Bücher von uns selber signieren zu lassen, um die dann höchstbietend auf Ebay zu verkaufen. Ja, genau. Deswegen haben sich einige Teilnehmer nur die Vornamen reinschreiben lassen, damit sie es später noch gut im Internet verkaufen können. Nein, also vielleicht ganz kurz zum Buch. Also, wir haben ja in den letzten Episoden schon immer mal wieder über gegen den Liberalismus gesprochen. Der vollständige Titel ist ja noch erweitert um den Subtitel Die Gesellschaft ist kein Markt. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Folgen relativ oft immer mal dazu gesprochen. Und das Buch ist, wie gesagt, gestern offiziell erschienen, wurde aber schon in der vergangenen Woche an die meisten Kunden versendet. Und man muss einfach sagen, es ist ohne Zurückhaltung ein bahnbrechender Erfolg. Nicht zuletzt natürlich immer noch resultierend aus der Aufmerksamkeitswelle rund um die Frankfurter Buchmesse. Aber es kann nicht nur noch daran liegen. Natürlich kommt jetzt in der Buchbranche langsam das Weihnachtsgeschäft, beziehungsweise wir befinden uns eigentlich schon sogar drin. Im Vergleich zu irgendwie Leuten, die ihren Kindern zu Weihnachten irgendwie Lego kaufen oder so, beginnt in der Buchbranche also die heiße Weihnachtsphase immer schon Anfang, spätestens Mitte November. Das heißt, da ziehen die Bestellungen nochmal an. Und wir haben eine ordentliche vierstellige Anzahl an Exemplaren dieses Buches in der ersten Auflage gedruckt und ich darf, wenn ich von bahnbrechendem Erfolg spreche, sagen, dass die Erstauflage bis auf ganz wenige Exemplare, die wir für Privatkunden zurückgehalten haben, Privatkunden heißt Kunden des Jung-Europa-Verlags über die Internetseite, komplett ausverkauft ist. Also schon eine Woche bevor das Buch überhaupt bei mir angekommen ist in Dresden, war das Buch im Grunde genommen vergriffen. Und ich habe schon die zweite Auflage, die Mitte Dezember so ziemlich ähnlich mit deinem Buch ins Blaue ankommt, also so erste, zweite Septemberwoche wird die zweite Auflage kommen, wieder eine vierstellige, ordentliche Druckzahl und auch von der sind schon 500 Stück nachgefragt. Hauptsächlich über den Großhandel, das heißt über die großen Großisten, über Amazon, aber auch wir haben im Vorverkauf eine ungewöhnlich hohe, ungewöhnlich erfreuliche Anzahl an Vorbestellungen gehabt, an Bestellungen gehabt. Wir haben eigentlich die komplette letzte Woche jeden Tag damit verbracht, von morgens bis abends Pakete und Post zu packen. Teilweise haben wir 30, 40 Pakete oder Päckchen, ich glaube im ersten Rutsch 170 oder 180 Einzelbücher in 15 oder 16 Postkisten zur Post geschafft. Also wir haben in der letzten Woche echt brutal verpackt und versendet und es sind immer noch nicht alle restlos verschickt. Einige wenige Nachzüglerexemplare gehen morgen, übermorgen raus. Das heißt nächste Woche ist das Bestellgeschehen vorerst abgeschlossen und ich kann sagen, dass die erste Auflage komplett verkauft ist, auch wenn eben auf der Internetseite noch ein paar bestellbar sind, weil wir haben auch in der Zweitauflage schon über 500 neue Bestellungen. Das heißt Wahnsinn, das Buch wird uns förmlich aus den Händen gerissen und obwohl es 412 Seiten hat, ein Theorieschinken ist, 30 Euro kostet. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Meinst du, das liegt überhaupt wer? Puh ja, ne, nicht viele, ne. Sieht schön aus, kann man sich schön in den Schrank stellen. Glaubst du? Naja, das Interessante ist ja, dass es, also wir hätten ja eher darauf spekuliert, dass das jetzt bei OnFry oder sowas passiert, was ja, sag ich mal, sehr, sehr Boomer gerecht ist. Und die ganzen Leute, die erst über die Buchmesse jetzt von deinem Verlag erfahren haben, jetzt zum Buch einsteigen, aber stattdessen gibt es ja mit gegen den Liberalismusgrad den, wie sagt man da, Rundumschlag gegen alles, was Boomer gut finden. Also es sind schon viele Neukunden dabei, gerade nach der Buchmesse hat man gesehen, 300, 400 Neukunden kamen da dazu, das kann ich ja in den Statistiken auslesen. Und du musst es auch so sehen, du hast, sagen wir mal, eine Kartei von ein paar tausend Kunden, die kriegen alle deinen Rundbrief. So jetzt lesen natürlich nicht alle den Rundbrief, aber nehmen wir mal an, alle würden den Rundbrief restlos lesen. Natürlich greift trotzdem immer nur ein kleiner Teil der eingetragenen Rundbriefempfänger, Kunden, Karteiempfänger auch wirklich zu. Das ist immer so, also ob nun bei meinem Verlag, ob bei, was weiß ich, irgendwelchen anderen Produkten, ob auch bei 1% oder so, immer nur ein ganz kleiner Teil. wird sozusagen aktiv, wenn man das so nennen will. Und das heißt, ich habe natürlich nicht nur Neukunden, ja, Neukunden dazu gewonnen oder wie du jetzt sagst, so klassische Boomer-Kunden dazu gewonnen, sondern auch einfach ganz großer Teil der Kundenkartei hat zugegriffen, die sonst nicht bei jedem Buch zugreift. Das heißt, man hat auch sein eigenes Lesemilieu, das man über 5, 6 Jahre jetzt aufgebaut hat, halt extrem aktivieren können für die Bestellung. Und bei dem großen Teil, der über den Großhandel geht, da weißt du ja gar nicht, wer die Kunden sind. Also ich habe ja bei dem Großisten angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, Sie haben jetzt hier so und so viel vorbestellt, das ist ja eine ganze Palette, gibt es da wirklich die Bestellung oder schicken Sie mir die zurück? Und die Frau hat zu mir gesagt, nee, wir haben hier 700, 800 Vorbestellungen alleine bei Libri und ich weiß nicht, wer das ist. Ganz ehrlich, also so blöd es klingt, das können nicht alles Journalisten sein, das können nicht alles irgendwie Boomer sein, die jetzt wegen der Grenzstreitigkeiten dann Polen aktiviert sind und sagen, jetzt kaufe ich mal ein rechtes Buch. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist ja interessant, vielleicht kriegst du ja nach der endgültigen Auslieferung ganz viele böse Leserbriefe von Leuten, die dann reinschreiben in ihrem Buch, gegen den Liberalismus, hessen sie gegen den Markt, gegen den Markt und gegen die Wirtschaft, das ist nicht hinzunehmen. Nee, das glaube ich nicht. Also du musst ja Folgendes überlegen, du hast ja den Onfray eben schon angesprochen. Wir befinden uns ja nun gerade in Paris, Onfray ist ja ein sehr, sehr präsenter Autor in Frankreich und auch bei dem Onfray war es ja ähnlich. Also Langen tatsächlich nicht so krass wie jetzt bei dem Benoit, aber auch bei dem Onfray hatte der Großhandel ja eine beachtliche Zahl vorbestellt, eine hohe dreistellige Zahl vorbestellt. Das ging auch direkt per Palette sozusagen ins Großlager. Auch da hatten wir ungewöhnlich viele Vorbestellungen, auch wenn nicht so viele wie jetzt bei Benoit. Und das Buch ist fast vergriffen. Also ich würde sagen, wir haben, auch da haben wir eine ordentliche vierstellige Zahl gedruckt und ich habe jetzt vielleicht noch 50 bis 100 Stück im Lager. Hoffe, dass die für die Weihnachtszeit reichen und überlege dann, ob wir eine zweite Auflage machen oder nicht, denke schon. Das heißt, ja, wir haben dieses Jahr generell gut verkauft und man kann auch sagen, ins Blaue, dein neuer Roman, über den wir in der letzten Episode gesprochen haben, der ja am 14. Dezember erscheint offiziell. Auch da kann man ja verraten, haben wir schon eine sehr, sehr ordentliche Zahl an Vorbestellungen dafür, dass es ein Roman ist. Dafür, dass, wie Benedikt Kaiser gesagt hat, ihn die Werbung null anspricht und er auch nicht weiß, wen die anspricht. Ja, weil Benedikt Kaiser nur Schwuchtelmusik hört, aber... Ja, gut, nee. Also es liegt ja daran, er hat zu Recht gesagt, ihr erwähnt in eurem Podcast, es ist total verworren und man versteht es schlecht. Auf der Seite ist es relativ früttlich. Das ist ja vielleicht ein strategischer Fehler, ja. Da weiß ich nicht, ob das ein Fehler ist. Also wir haben ja gute Vorverkaufszahlen, also es scheint ja kein Fehler zu sein. Aber man muss es eher so sehen, trotz der Tatsache, dass es keine so reißerische Werbung hat, wo irgendwie steht dies und jenes und total leicht verständlich und das Buch gegen die Migrationskrise oder so, sind die Vorverkaufszahlen enorm gut und also im Verhältnis sozusagen. Und auch da werden wir eine richtig fette, eine richtig gute Zahl an Büchern ausliefern und die Vorbestellungszeit läuft ja noch. Ich meine, es läuft ja fast noch einen Monat. Können die Leute zugreifen, macht das, ins Blaue, kaufen, jungeuropa.de. Ich komme ja dann auch ins Jungeuropa-Lager, wenn man das so sagen darf, und werde die dann signieren. Das können die Leute ja auch immer noch als Hinweis einschreiben. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Genau, schreibt da rein, hätte es gern signiert, hätte es gern gewidmet. Ich weise nochmal darauf hin, eine Signatur ist nur ein Gruß ohne Name, eine Widmung ist eine Widmung. Das sollte man immer beachten, weil viele Leute schreiben dann irgendwie rein, ich hätte es gern signiert und dann denkt man sich, will der jetzt den Namen haben oder nicht? Egal, weil viele verschenken ja auch so Sachen, gerade zu Weihnachten. Fakt ist, wenn ihr schon bestellt habt und das noch wollt, schreibt uns noch eine E-Mail, wenn ihr es vergessen habt. Ansonsten, wenn ihr neu bestellt, schreibt es mit in diese Bestellkommentare. Gut, wir wollen aber über Frankreich reden. Also wir haben eingeleitet mit gegen den Liberalismus. Wie gesagt, enorme Bestellzahlen, enorme Nachfrage. Die Diskussion um das Buch hat sich natürlich noch nicht entfaltet, das ist seit gestern offiziell erschienen. So schnell ist da keiner. Ich kann verraten, wir haben das Buch auch an ein paar Rezensenten geschickt, wo ich mir vorsichtig erhoffe, dass es eine Besprechung gibt in der Mainstream-Presse, sagen wir mal die Zeitungen, die doch hin und wieder mal uns erwähnen. Grüße an die FAZ. Grüße, ja, Welt, FAZ, NZZ, sowas. Ich weiß, normalerweise wird da nichts besprochen. Aber ich habe ein paar Leuten was geschickt. Günter Maschke haben wir eins geschickt. Torfen Waldstein haben wir eins geschickt. So die Leute, die halt wirklich interessant sind, also wo einem auch die Meinung tatsächlich interessiert. Und ein paar Leute haben hier schon geschrieben, so ja, bin schon bei Seite 100, bin schon bei Seite 150. Bisher absolute Hammer und so weiter und so fort. Also, Mini-Rückmeldung gibt es praktisch schon. Und jetzt aber zu unserer Reise. Also wir sind aufgebrochen am Dienstag Richtung Paris von Dresden mit dem Auto tatsächlich. Nee, klar sind wir am Dienstag heute. Am Montag sind wir aufgebrochen. Natürlich. Deswegen runzelst du die Stirn. Am Montag sind wir aufgebrochen, sind irgendwie zehn Stunden gefahren, sind wie gesagt hier in der schönen Rue de Seine und sind seither fleißig am Filmen. Denn wir werden rund um das Buch gegen den Liberalismus eben so eine 10, 15-minütige Kurzdokumentation veröffentlichen. Wann gibt es da was zu sehen? Weißt du schon? Ja, also da gibt es dann vermutlich irgendwann Anfang Dezember was zu sehen. Also wir haben jetzt alle so viel um die Ohren und wir haben das auch so irgendwie reingequetscht. Das heißt auch für die Filmer, die natürlich auch ein festes Programm haben, feste Aufträge abzuarbeiten haben, ist das auch reingequetscht gewesen, weil wir einfach die Chance nutzen wollten, diese Geschichte nochmal mitzunehmen. Und das heißt, ich denke mal Anfang Dezember. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen viel Footage aufgenommen. Das heißt, wir sind ja durch Paris getourt, waren beispielsweise in Notre Dame haben wir uns angeschaut, die abgebrannte. Wir waren in La Défense, also dem Büro- und Bankenviertel, haben dort die Negativseite Paris gefilmt. Eine der Negativseiten. Eine der Negativseiten. Was haben wir noch gemacht? Wir haben heute ein paar stelle... Wir haben in der Sorbonne, das ist die Universität, wo Orade Benoit studiert hat. Wir wollen solche Sachen auf jeden Fall mit einbringen. Wir haben, wir sind ja hier sozusagen in so einem Künstlerviertel, kann man ja sagen. Absolut. Du hast das gesagt, es gibt hier viele so alte Cafés, so mit Jugendstilfassaden, wo Hemingway und Solar und sowas alle früher gesoffen haben. Und da sind wir natürlich auch zum Saufen vorbeigegangen. Ja. Aber wir haben nur Dosenbier auf der Straße gesoffen. Ja. Was eigentlich? Ein Heininger. Ein Heininger, ja. Schrecklich. Gut, genau. Und wir haben viel so Footage-Geschichten aufgenommen. Wir haben dann zum Allade Benoit Comba noch. Wir haben heute die La Nouvelle Librarie besucht. Die Telegram-Nutzer wissen es bereits. Genau. Das ist also eine rechte Buchhandlung, die sehr, sehr schön gelegen ist. Also in einem sehr, sehr zentrumsnahen, schönen Stadtteil von Paris. Dort ist eben diese Buchhandlung auf zwei Etagen. Es ist sehr, sehr klein, aber hat einen unfassbaren Charme, finde ich. Innen drin ist ja alles aus Holz, also wirklich so alte Holzregale. Es ist alles bis in die letzte Ecke mit Büchern vollgestopft. Es stehen Büsten rum. Es hängt so ein Eberkopf rum oben. Ist alles mit antiquarischen Büchern vollgestopft. Also es ist wirklich ein charmanter, kleiner Laden, den man sich unbedingt zu Gemüte führen sollte. Selbst wenn man überhaupt kein Französisch versteht, aber in Paris ist es. Schaut euch einfach mal den Laden an. Die Verkäufer freuen sich, wenn man vorbeigeht und sagt, hey, ich bin rechts. Ich habe von euch gehört. Wollte einfach mal vorbeischauen. Vielleicht lässt man auch einen Solidaritäts-Euro da. Es gibt ja auch Kunstdrucke und sowas zu kaufen. Das kann man ja alles mitnehmen. Genau, Kunstdrucke gibt es dort auch. Und ja, jedenfalls, man müsste fast mal einen eigenen Podcast so ein bisschen über die französische Szene machen. Und ja, also dieser Laden wird natürlich auch eine brutale Miete bezahlen. Ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass die nicht nur von Buchverkäufen leben. Heißt auf Deutsch, da gibt es auch Förderer, die halt gewisse Kosten übernehmen. Aber diese Buchhandlung gibt es dort eben. Die ist wirklich sehr, sehr charmant und sehr, sehr schön. Die haben anscheinend sehr, sehr dicke Scheiben. Die sind nämlich alle gesprungen und wurden angegriffen schon mehrfach. Es gibt aber auch noch drei weitere rechte Buchhandlungen in Paris. Hast du dir auch heute erst sagen lassen. Habe ich mir auch heute erst sagen lassen. Von einer wusste ich, das ist so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger der Fakta. Das war auch eine rechte Buchhandlung in Paris. So ein bisschen die Oldschool-Buchhandlung. Da war ich 2014 mal drin. Die gibt es nicht mehr, weil der Besitzer gestorben ist. Da gibt es wie so eine Art inoffizielle Nachfolgebuchhandlung um à la Sorale. Und dann gibt es noch zwei, sage ich mal, rechte Buchhandlungen, die so dem christlichen Spektrum eher zuzuordnen sind. Das heißt, man hat in Paris natürlich auch eine Riesenstadt, aber man hat vier mehr oder minder rechte Buchhandlungen. Wie viele gibt es in Berlin? Ich glaube, keine. Keine. Also die Bibliothek des Konservatismus natürlich. Ja, mir würde in Deutschland überhaupt, bis auf die Susanne Dagen, wenn man das Buchhaus Loschwitz so bezeichnet will, keine einzige rechte Buchhandlung. Was eigentlich schade ist, weil es eigentlich eine geile Idee ist. Also auch so als Kaffee oder so, dass man halt einfach sich als Treffpunkt dort... Ja, und auch für Veranstaltungen, also gerade für kleine Veranstaltungen. Es müssen ja nicht immer 100, 200 Leute kommen, sondern man kann ja auch mit 25 Leuten eine kleine Lesung machen. Ich glaube, das Problem ist, Buchhandlungen haben ja generell zu kämpfen, nicht erst seit Corona. Teilweise haben die in Corona lustigerweise wieder ein bisschen gewonnen, weil viele den Online-Handel aktivieren konnten. Also da gibt es immer so eine Auswertung vom Verein für Börsenverein des deutschen Buchhandels. Lese ich mir immer gerne die Statistiken durch, dass der Buchhandel teilweise gar nicht so abgekackt ist, weil viele so schlau waren, Internethandel aufzubauen. Manche haben sogar ihre Kunden zu Hause beliefert, mit dem Fahrrad oder Auto. Also gar nicht so schlecht, aber Buchhandlungen haben generell zu kämpfen, natürlich durch Amazon, durch Talia, durch so ein Kram. Könntest du immer deinen Verlag anschließen? Ja, könnte ich. Du, ich habe schon drüber nachgedacht. So ist es nicht. Und ich weiß auch, und ich glaube, das darf ich auch sagen, dass auch der Götz Kubitschek darüber schon nachgedacht hat, damals in Halle sowas zu machen. Es ist halt erstmal ein enormer Kostenfaktor. Ich meine, du musst ja mindestens ein, zwei Mitarbeiter einstellen. Du musst eine riesen Software kaufen. Du musst Ware kaufen. Du musst Ladenmiete bezahlen. Also da bist du locker mal mit 50.000 bis 100.000 vermutlich dabei pro Jahr am Anfang. Und das ist natürlich enorm, aber so eine rechte Buchhandlung wäre natürlich klasse. Und das müsste man eben verbinden mit einem kleinen Vortragssaal, mit einem kleinen Café. Das sehe ich auch so. Das wäre super. Ja, ist ein Projekt für die Zukunft. Paypal-Link ist in der Beschreibung. Leider nein. Wir sind ja gelöscht bei Paypal. Nee, kann ja einfach einer 500 Benoit bestellen. Ist auch in Ordnung. Ja, habt ihr auch was davon. Habt ihr nicht 500 Benoit-Bücher? Eben. Kann man auch eine Wand mitbauen. Nee, also in der Buchhandlung waren wir heute, haben dort gefilmt. Und zwar unter anderem auch mit Guillaume Travers. Und Guillaume Travers ist ein noch nicht so alter französischer Autor. Ich glaube, der müsste zwischen 30 und 40 sein. Ja, sah jung aus. Ist so ein bisschen inoffiziell einer der Schüler von Alain de Benoit. Schreibt über viele ähnliche Themen, hauptsächlich Kapitalismus, Liberalismus. Hat mit ihm zusammen auch zwei sehr interessante Bände rausgegeben. Die Bibliothek des jungen Europäers heißen die. Das ist auch sehr interessante Bände. Und er selber publiziert viel im Umfeld dieses Institut Iliad. Das müsste man jetzt eigentlich auch wieder erklären. Wie gesagt, deswegen wäre eigentlich mal eine Folge zur französischen Szene gut. und der hat mehrere so kleine Büchlein so auf Kapitalismus. Ich hätte eigentlich direkt mit Benoit eine machen müssen. Ja, sein Deutsch hätte vielleicht sogar gereicht. Ja, glaube ich schon. Er hätte sich wahrscheinlich aber nicht zugetraut. Aber er kann ja praktisch aus erster Hand auch berichten, wie dieses Institut und die ganzen angeschlossenen Zeitschriften entstanden sind. Wobei beim Institut hat er nichts zu melden. Aber er hat ja früher auch andere Sachen gemacht. Ja, und dieser Guam Travers, der hat also mehrere kleine Bände so auf Kaplakenlänge, sage ich jetzt mal, veröffentlicht zum Thema Geschichte des Kapitalismus. Also zum Beispiel Kapitalismus im Mittelalter und so Sachen, was ich jetzt nicht so super spannend finde. Und wir haben eins davon schon übersetzt. Das kommt Anfang nächsten Jahres vermutlich schon raus. Da geht es eben auch um die verschiedenen Phasen des Kapitalismus und so. Und das ist ein sehr, sehr aufgeweckter, sehr, sehr intelligenter Autor. Ich weiß nicht, man könnte den vielleicht tatsächlich vom Themenschwerpunkt ganz klein bisschen mit Benedikt Kaiser vergleichen. Auf dem Aussehen. Auf dem Aussehen, das hast du gesagt. Nee, Benedikt guckt ja mehr auf die Kleidung, ne? Ja, diese Franzosen sind halt alle irgendwie so Hemdträger, sage ich mal. Ja, und Polunder so. Schrecklich. Gut, aber ja, will sagen, also das ist ein ganz interessanter Mann. Den haben wir heute eben auch interviewt zum Thema gegen den Liberalismus, zum Thema Alain de Benoît. Und heute Abend, also nachdem wir jetzt diesen Podcast aufgezeichnet haben, fahren wir weiter ins Büro der Element, dieser Zeitung, die Alain de Benoît geprägt hat und die er lange als Chefredakteur betreut hat. Und treffen dort im kleinen Kreis 10, 15 Leute, die in Frankreich halt verschiedene Magazine machen. Crisis, Nouvelle École, Element vom Institut Iliade. Und machen halt so einen kleinen Abend, um sich zu vernetzen. Zweites Interview ist ja auch geplant. Zweites Interview mit Monsieur Busquette. Das ist also auch ein sehr, sehr interessanter Mann, ein sehr, sehr interessanter Autor und gleichzeitig auch Verleger. Ich muss passen, wie der Verlag heißt gerade, muss ich ehrlich gestehen. Ist aber auch Verleger von Benoît in Frankreich unter anderem. Und soll ein guter Mann sein, kenne ich noch nicht. Und wir werden halt über allerlei Projekte sprechen. Das wäre ja allgemein so ein bisschen die Idee. Du kanntest ja auch den Travers, glaube ich, nicht persönlich. Nee, kann ich nicht. Dass man das ja endlich mal so nachholt. Weil es sind ja auch Leute, mit denen man dann auch langfristig an Buchprojekten arbeitet. Ja, es sind neue Autoren für den Verlag. Es sind aber auch andere Verleger, mit denen man auch gewisse Erfahrungen austauschen kann. Auch über zum Beispiel Verkaufszahlen, die in Frankreich viel, viel niedriger sind als in Deutschland interessanterweise. Über Strukturen, über die Möglichkeit von Veranstaltungsorganisationen, auch einfach private Dinge. Und diese Leute eben kennenzulernen ist sehr interessant, weil Frankreich hat eben eine sehr, sehr starke intellektuelle rechte Szene. Viel, viel größer als unsere, das muss man einfach so sagen. Viel, viel viel vielfältiger, viel, viel mehr Magazine. Und das ist, also die haben andere Schwächen. Nicht, dass jetzt wieder jemand sagt, hier große Franzosenverherrlichung. Das hat auch alles seine Nachteile und so weiter. Es gibt hier auch viele ganz Kleingruppen, viel Streitereien, wie es überall gibt. Aber an sich ist das intellektuell. Und wir sprechen ja jetzt hier aus der Sicht eines Verlags sehr, sehr interessant. Nicht umsonst machen wir so viele Übersetzungen aus dem Französischen, weil hier halt wirklich viele aktuelle gute Sachen erscheinen. Nicht nur Wiederauflage von Anno Dazumal, sondern halt wirklich viele aktuelle Sachen am Zahn der Zeit. Und eben nicht nur zum Thema Migration, Gender und so ein Zeug. Gibt es hier auch en masse. Wir hatten hier das Thema Semur viel am Wochenende. So, weiter geht es. Hier hat es gerade geklingelt. Der Vermieter wollte wissen, wann wir morgen abhauen. Das geht denen gar nicht. So live ist das hier, dass wir zu faul sind, das rauszuschneiden. Und genau, also ich hatte davon gesprochen, Semur, Thema Migration, Thema Gender, das sind natürlich auch alles Dinge, die hier publiziert werden. Aber man muss wirklich sagen, dass die Range sozusagen ist sehr vielfältig. Die Autoren sind sehr vielfältig. Und zwar im positiven Sinne, nicht im BAD-Sinne. Und tja, also wir machen nicht umsonst so viele Franzosen. Das ist interessant, ne? Es gibt ja doch im deutschen Bereich relativ viele Verlage, die aber alle irgendwie entweder so Reichsflugscheiben-Themen und gesundes Leben durch Wasserfilter und sowas behandeln. Und sonst halt wirklich nur Migrationsthemen oder so großartige Bücher wie von AfD-Grunden, wo es dann darum geht, wie cool der Populismus ist und Trump, bester Mann und so. Ja, also so scharf würde ich es nicht sehen. Das ist natürlich eine Zuspitzung. Aber im Grunde genommen richten sich viele Verlage halt sehr viel an so sehr aktuellen Themen aus. Und mit aktuell meine ich eher so tagespolitisch. Ja. Weil aktuell sind diese französischen Bücher ja auch, nur sie sind meistens eher grundsätzlicher. Also ich will deswegen nicht unbedingt sagen theoretischer, weil viele Franzosen schreiben auch sehr, sehr einfach. Ja. Es ist jetzt nicht immer so, dass das im Prinzip total kompliziert ist. Aber ich glaube, das klingt jetzt blöd, aber es gibt einfach eine größere Toleranz. Also im Sinne von, im Sinne von ist, die Diskussionen sind weniger ernst, weniger emotional vielleicht auch. Und also diese Tradition des, der andere hat eine total andere Meinung und wir diskutieren jetzt lange darüber, die ist hier schon verbreiteter. Und das habe ich auch gemerkt bei der Buchmesse, das hatte ich ja auch in mehreren Episoden schon gesagt, wie locker sozusagen die rechte Händler waren im Zusammenspiel mit Jung Europa. Und ich will das jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, aber hier kann theoretisch ein Wähler von Semmour und ein Wähler von Macron halt trotzdem sich in der, ich sage jetzt mal, Kneipe oder in einem Bistro kennenlernen und zusammen Wein trinken und darüber diskutieren und sich da vielleicht fetzen und dann sagen sie halt, komm, jetzt lass über Fußball reden und gut oder über irgendwas anderes. Und in Deutschland ist der Diskurs schon deutlich verhärteter. Die Fronten sind irgendwie, die sind irgendwie krasser und das gilt auch für die rechte Szenerie. Ich meine, irgendein Linker, der sich das anhört, der würde ja immer denken, natürlich kennen die von dem Europa-Manuskriptum, natürlich müssen die diese Grauzone kennen, vermutlich haben die was mit Anbruch zu tun. Jetzt nur mal ein paar Beispiele von verschiedenen Richtungen reinzuwerfen und am Ende kennt man doch, also man kennt die Leute im Sinne von, ich habe die mal gesehen, ich habe vielleicht dann mit denen gesprochen auf irgendeiner Veranstaltung, aber diese Vernetzung und das kann man glaube ich so sagen, beschränkt sich ja dann doch hauptsächlich zumindest auf einen ähnlichen inhaltlichen Kreis. Und ich würde mal behaupten, das ist in der Gesamtgesellschaft in Frankreich, aber auch eben dann in dieser rechten Szenerie lockerer und das lässt sich auch beweisen in der Hinsicht, dass Alain de Benoit auch Interviews geführt hat, selber interviewt wird, von Linken, von Liberalen, immer wieder Zuspruch von Linken bekommt, aber auch andere rechte Autoren sozusagen. Es gibt einfach einen vielfältigeren, toleranteren, offeneren, intellektuellen Diskurs. Und das ist dann vielleicht auf einer intellektuellen Ebene und man kann auch sagen, das ist nicht so schön, weil dem Ganzen vielleicht ein bisschen der Ernst manchmal fehlt, wenn man halt sagt, naja, das ist halt eine intellektuelle Position. Aber dieses Aushalten können anderer Meinungen, Thema Buchmesse, gab es ja viele Diskussionen, das ist ja einfach verbreiteter und das würde ich schon so pauschal sagen. Und das führt eben dazu, dass die Einflüsse auf ein schreibendes und publizierendes Milieu größer ist und dass die Ränder weitergehen. Ja, ist ja erstmal schön, ja. Grundsätzlich schon. Wir sind mal gespannt. Immerhin steht ja auch nächstes Jahr eine Präsidentschaftswahl an. Ich glaube im Frühjahr sogar. Sechs Monate. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube sechs Monate. Im März könnte das sein, wenn ich mich nicht irre. Wäre auch eine schöne Folge. Wir müssten eigentlich eine Eric-Semur-Folge machen. Äh, wie? Ja, müssten wir wahrscheinlich weiter. Weil wir beide ja, glaube ich, keine riesen Fans sind. Ich habe mich damit, also ich kenne mich mit französischer Politik überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Interessiert mich auch fast gar nicht. Das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also die meisten Leute haben ja schon von deutscher Politik keine Ahnung. Ja. Und dann auch noch über französische Politik zu reden, aber da bräuchten wir vielleicht wirklich mal einen Experten. Wie zum Beispiel den Genossen, den wir getroffen haben, der uns heute ein bisschen so durch Paris geführt hat. Ja. Der mal sich mit uns hier hinten am Tisch sitzen würde und ein bisschen mal aus der Westentasche plaudern würde. Ich meine, der kennt Frankreich sehr, sehr gut. Der ist selber Franzose. Man hat ja auch viel für die Front National in der Jugend gemacht. Genau. Und gerade so Sachen sind ja die interessanten, also eine Intro-Perspektive. Ja, aber wir sind ja, ich sage mal so, wir sind ja auch dafür bekannt, gewisse rechte Dogmen zu durchbrechen. Und Erik Semour wird natürlich gerade massivst abgefeiert. halt wegen dieser sehr, sehr scharfen, klaren Statements, die man ja auch begrüßen kann zum Thema Migration. Aber man muss natürlich immer so ein bisschen dahinter blicken, wer ist das eigentlich, wo kommt der her, was hat der vorher für Themen bearbeitet, hat der ein Programm. Und dann ist es ja auch tatsächlich in Frankreich was anderes, wenn du sagst Ausländer raus, als wenn du es in Deutschland sagst. Ja, natürlich, aber die Frage ist ja, hat nicht eine Le Pen ein vollständiges Programm, ein Sozialprogramm, ein Ausländerprogramm und ist Semour nicht einfach ein Populist, der die Stimmen spaltet und dazu führt, dass wieder Macron gewählt wird. Aber wir wollen das ja jetzt nicht vertiefen. Erstmal in dieser Folge, wir wollen vielleicht noch berichten vom Besuch bei Leute Benoit. Ich glaube, das wird viele Leute sehr, sehr interessieren. Wir fahren in deinen Eindruck. Er hat sehr, sehr viele Katzen. Wie viele Katzen haben wir gesehen? Also ich habe drei gesehen. Drei Katzen. Irgendwer sagte, dass es mindestens fünf sind. Es gibt ja viele Katzenliebhaber in der französischen Rechten. Allgemein in der Rechten. Wenn ich an Pietro La Rochelle denke, beispielsweise, viele Katzenbilder, wer fällt uns da noch so ein? Also wie gesagt, für Frankreich kann ich nicht sprechen. Ich weiß, dass Lovecraft eine Katze hatte mit einem sehr lustigen Namen. Céline, glaube ich. Céline, glaube ich. Jünger gibt es auch mehrere Bilder mit seiner Katze. BND Kaiser mag, glaube ich, keine Katzen. Du bist pro Katzi oder gegen Katzi? Pro Katzi immer. Aber auch pro Hund? Ja, ich auch. Das ist interessant. Oft gibt es ja nur entweder oder. Ja, verstehe ich immer nicht. Aber eigentlich finde ich Hunde geiler. Aber Katzis haben auch was für sich. Ja. Also, ja, Katzen, das war dein erster Eindruck, ja? Katzen, wenn wir reinkommen. Naja, es gibt natürlich immer viele Geschichten über Benoit, wie es dann bei ihm aussieht und so, ist ja auch so ein bisschen weltfremd, kann man schon sagen. Und auch ein alter Mann, muss man fairerweise sagen. Also, wie viele 80-Jährige versorgen sich selbst? Das ist so, wenn ich dann manche 80-Jährige in Dresden denke, die ich auf der Straße sehe, da denke ich mir, gut, die sind eigentlich kurz vor der Kiste, ne? So, also, ja, relativ fit hat er ja gewirkt, aber dann, das war eben der Eindruck, dass man eben diese, die Wohnung dann doch in einem weniger desolaten Zustand war, als man gefürchtet hat, sondern eigentlich sehr, sehr gemütlich eigentlich war. Aber man hat diese Katzenspuren überall gesehen. So eine intellektuelle Wohnung, ne? Auf dem Tisch in der Küche irgendwie so offene, also nicht offen, aber geöffnete Weinflaschen, so Töpfe und überall Bücher. Aber auch sehr, sehr nett, überall Bilder von Treffen, eben zum Beispiel Ernst Jünger und so. Wir werden das, glaube ich, dann in der Doku, das Bild dann sehen. Sehr, sehr persönliche Wohnung. Also, das klingt jetzt blöd, aber halt nicht so Ikea im Sinne von. Ja, ja. Also, ich kann ja vielleicht da mal ein bisschen was verraten, was die meisten Leser nicht wissen dürften. Benoit hat zwei Häuser und eine Wohnung. Er hat ja die größte oder zumindest zweitgrößte Privatbibliothek Frankreichs, sicherlich eine der größten Europas. Er hat mir geschrieben, er besitzt über 200.000 Bücher. So, und jeder, der nur mal 1.000 Bücher zu Hause hat, der weiß, dass das ja schon raumfüllend sein kann. Das heißt, er hat eine Stunde ungefähr weg von Paris, ich werde jetzt mal nicht sagen wo, ein großes Haus, das, seiner Aussage nach, einfach von oben bis unten voll ist mit Büchern. Selbst auf der Toilette müssen Bücherregale hängen und er hat noch ein anderes Haus oder eine Wohnung, weiß ich nicht genau, in der Normandie, wo er auch viel ist und dort hat er eben natürlich auch noch Bücher, das ist überall verteilt, aber hauptsächlich dort eben in der Nähe von Paris und wo er auch immer viel ist. Und in Paris hat er eben diese Wohnung, wo wir ihn jetzt besucht haben. Das ist in einem, ja, schönes Viertel, würde ich nicht sagen, aber auch nicht, also noch nicht kritisch. Man sieht schon ziemlich viele Ausländer, auch von den Ladengeschäften, aber es ist noch, würde ich sagen, am Rande des Stadtkerns. Das ist jetzt nicht so, dass man sich unter Paris mal vorstellt, hier so Jugendstil oder Gründerzeitbord. Das ist dann sehr... Vereinzelnd, aber sehr gemischtes Viertel, also halt so ein mittelprächtiges Wohnviertel, würde ich irgendwie sagen. Und da lebt er eben unter der Woche, das ist dann seine Arbeitswohnung und dort waren wir eben eingeladen, ihn zu besuchen, um ihn zu filmen. Also wir haben circa eine Stunde Interview geführt, hauptsächlich eben Thema gegen den Liberalismus, sein neues Buch, haben ihm das Buch eben vorbeigebracht, haben es für einige Kunden signieren lassen, haben es für uns signieren lassen, haben seine Reaktionen beobachtet auf das Buch. Er war ja anscheinend sehr zufrieden mit der Aufmachung, mit der Qualität. Kann man ja auch mal dazu sagen, so wie die anderen Bücher aussehen. Ja, die französischen Bücher sind eine Katastrophe. Das sieht aus wie zusammengebundenes Klopapier. Ja, aber auch so Softcover, riesengroß und ja, also... Ja, billigstes Papier, dann teilweise teurer als in Deutschland, obwohl die... Also ich meine, die, die das verlegen, sind klasse Leute, aber da muss man mal sagen, was die Buchkunst angeht, ist das wirklich unterstes Niveau. Das ist halt so. Ja. So und ich glaube, die Leute gieren natürlich so ein bisschen auf das Private. Also die Wohnung war recht klein. Ja. Denkt mal eine Drei-Zimmer-Wohnung oder so. Wahrscheinlich, ja. Und das Größte war anscheinend das Wohnzimmer. Das ist ja da, wo wir uns aufgehalten haben, auf diesen Ledersofas, wo halt sein Mac stand mit dem Arbeitsplatz. Und da hingen eben sehr persönliche Fotos von ihm mit Ernst Jünger, wo er noch ziemlich jung war. Hat er erzählt, das war glaube ich in Nizza auf irgendeiner Buchmesse. Ja, genau. Dann hing ein Bild von Breker. Von Breker, den er auch sehr, sehr gut kannte seit den 70ern, sagt er. Das ist immer signiert als eine Fotografie und es hing ja auch ein Bild von Breker selber. Zwei. Zwei Aktzeichnungen waren das glaube ich von Breker. Breker wissen ja viele nicht, dass Breker auch viel, viel, viel gezeichnet und gemalt hat. Viele nackte Frauen, das scheint Benno auch zu gefallen. Wer kann es ihm verübeln? Weil die eine war so sehr füllig auf dem Foto, aber gut. Ja, es war Gustav Klimt. Gustav Klimt, vermutlich ein Original, weiß ich nicht, auf Deutsch. Was war noch? Für ihn signiertes Bild von Iliad. Auch Wahnsinn. Ja, und viele andere persönliche Stücke, so Erinnerungsstücke und ja, hat auch erzählt, dass er jünger, äh jünger, dass er Arno Breker gut kannte, viel in Düsseldorf bei Breker, aber Breker fiel bei ihm in Paris. Auch eine sehr interessante Geschichte, die man auf jeden Fall mal aufrollen muss. Das Verhältnis Bennois Breker, das ist ja... Kann auch an sich mal eine Folge über Breker machen. Ist ja trotzdem, also ist ja nicht unumstritten, aber hochinteressant, denke ich. Und wir würden da mal vielleicht mal ein Feldbedienendes jetzt noch gar nicht mal ansprechen. Ja, gute Idee. Und ja, jedenfalls, das war sozusagen der Besuch dann bei Bennois. Wir haben, wie gesagt, erst viel geplaudert, dann auf Deutsch. Da hat er tatsächlich, also ich fand, er hat eigentlich für einen 80-Jährigen, um das mal so, ohne das herabwürdigen zu meinen, wirklich gutes Deutsch gesprochen. Ja, ja. Seine Frau war ja Deutsche, hat ja in Hamburg geheiratet. Ist wahrscheinlich auch noch Deutsche. Ist noch Deutsche, ja. Er hat in Hamburg geheiratet, war sehr, sehr, sehr viel, in Deutschland in den letzten 40 Jahren oder wann. Also, ich weiß nicht, für das Interview hätte es vermutlich nicht gereicht. Hat er ja auch gesagt, dass ihm das nicht lieb ist, bei so komplexen Fragestellungen da jetzt in Deutsch zu sprechen. Aber wir haben ein paar Szenen auch auf Deutsch aufgenommen und hat sich da gut geschlagen und dann eben das Interview geführt, viel seine Wohnung abgefilmt und halt über dies und jenes gesprochen. Ja. 80 Jahre sehr, sehr fit gewirkt, fand ich und hat auch versprochen, dass, wenn es ihm möglich ist, nächstes Jahr nach Deutschland zu kommen. Ja, da hat er gesagt, ja. Ich fühle dir noch ein bisschen geißwein nach, Wolfgang. Sehr, sehr genig, wie wir heute Abend nicht noch fahren müssen. Ich glaube, nein. Also, mit dem Auto in Paris ist natürlich echt selbst in den Kopf geschossen, also selbst schuld eigentlich, aber gut, wenn man das Kamerazeug... Man muss eine kriminelle Ader haben, um da durchzukommen. Was ist denn dein überhaupt... Du warst ja schon öfter in Paris als ich. Was meinst du zu der Stadt? Da gehen ja die Meinungen so krass auseinander. Viele hassen die natürlich wie die Pest. Wegen der Überfremdung hauptsächlich, nehme ich mal an. Ja, was heißt Überfremdung? Das sind ja alles Franzosen. Müssen ja auch mal so sehen. Ja, ist das so. Ja, naja. Es gibt natürlich die Hotspots, Eiffelturm und sowas, da will ich mich auf jeden Fall fernhalten von. Aber Paris hat irgendwie ein ganz besonderes Flair. Das klingt jetzt so, als hätte man irgendwie zu viel Amélie-Filme geschaut, die so ein verklärtes Bild von Paris immer zeichnen, wo dann alle mit so einem Ente rumfahren und irgendwelche französischen Melonenhändler draußen stehen und sich in... Watermelon. ...sich in lustiger Sprache begrüßen und so. So ist es natürlich nicht, aber fast ja auch wie in Rom an jeder Stelle irgendwie geile Architektur. Stehen hier eben noch viele Gründerzeitbauten im Stadtkern. Viel Jugendstier, viele Kirchen, die Sende ist einzigartig, kann man sagen. Ja, wir haben uns natürlich jetzt, muss man fairerweise sagen, überwiegend in so einer Traumwelt bewegt, weil wir haben uns wirklich in dem Teil Paris bewegt, in dem sich kein normaler Mensch irgendeine Art von Wohnung oder Haus leisten kann. Wir hatten, glaube ich, mal geguckt, der Quadratmeter in Paris liegt im Durchschnitt bei 10.000 Euro im Kauf und bei, ich weiß nicht mehr, wie viel Euro Miete. Ich habe mal, das ist mir auch nicht klar geworden, relativ interessant, eigentlich bei einer Filmanalyse vom sehr verehrten Wolfgang Amschmidt, hat er die wundervolle Welt der Amélie, diesen Film, der in Paris spielt, kritisiert, weil er eben die vom Kapitalismus geprägte Realität des Parises überhaupt nicht abzeichnet. Das heißt, wo wir hier unterwegs sind, sind ausschließlich eben, ja, Galerien, irgendwelche Touri-Fressorte und Leute, die ihre Buden als Airbnb vermieten. Aber die Realität von den meisten Franzosen spielt sich ja in ganz anderen Zuständen. Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, also gestern waren wir Essen, diese Preise sind, also wenn jemand sagt, Rom sei teuer, also es ist krank. Also du bezahlst, also wir haben ja wirklich für ein Bier 10 Euro bezahlt, jedes Gericht 30 Euro, Nachspeise 15 Euro. Also es ist wirklich, das sind Preise und wir haben ja unser netter Begleiter von gestern, der ja sich, der schon oft in Paris war, gesagt, es wird halt weiter draußen nicht so viel besser. Also Paris ist insgesamt unfassbar teuer und hier leben ja auch in Anführungszeichen normale Franzosen. Die sind zwar wohlhabend, aber trotzdem, also lecko mio, das ist echt eine andere Welt und auch die Klamotten-Boutiquen. Du sprichst die Galerien hier in der Rue de Seine generell in diesem Viertel an. Das ist ja viel so Contemporary Art und was weiß ich, moderne Kunst. Da wirst du auch pro Bild, das geht dann vermutlich bei 15, 30, 50.000 los, wenn das reicht. Und da hast du ja hier alleine in dieser Straße hast du 30, 40 von diesen Galerien. das ist eine Welt, ich glaube nicht, dass das alles gefördert ist, das wird auch schon mehr kaufen. Ja, stimmt. Es ist wirklich Puppenhaus, also das ist so Zuckerguss-Paris halt irgendwo. Naja, deswegen ist es ja auch so interessant, so Gelbwesten und sowas, die sich auch viel, sag ich mal, von der Peripherie gegen Zentral-Paris so gerichtet haben. eine ganz interessante Dynamik in Frankreich selber. Aber ich finde Paris nicht schlecht. Der Pariser ist ja auch verhasst, in Frankreich. Aber ich muss auch sagen, unabhängig jetzt dieser Kritik, wenn man jetzt einfach die Realität ins Auge blickt und sagt, gut, das ist halt ein Zuckerguss-Szenerie, ist es traumhaft schön. Also gibt es nichts anderes. Also es ist eine wahnsinnig schöne Stadt und trotz dieser wahnsinnigen Finanzgewalt ist es trotzdem urig. Also in der Hinsicht, dass man schon sieht, gut, die Galerie, da hängen vermutlich Bilder, die du dir nie leisten können wirst, die sich irgendwelche Schnösel mit Pelzmänteln kaufen. Aber es hat trotzdem einen eigenen französischen Pariser Stil. Im Gegensatz zu irgendwelchen New York-Geschichten oder zu dieser H&M-Welt und dieser McDonalds-Welt, die sind zwar eigentlich in dieser Welt verankert, in dieser liberalistischen, kapitalistischen Finanzwelt irgendwo, aber trotzdem hat sich das einen gewissen Pariser französischen Eigenscham bewahrt, den sie nicht aufgebrochen haben, indem sie die Holzfassaden runterreißen, alles aus Glas bauen und sagen, das soll jetzt aussehen wie sonst was. Also da irgendwie hat das in einer gewissen Art und Weise harmoniert. Ja, ist ja vielleicht ein rein deutsches Symptom, möchte man meinen. Naja, ich würde sagen, es ist ein Symptom, was halt hauptsächlich aus den USA dann rübergeschwappt ist nach dem Krieg, aber was halt vielleicht hier nicht so stark gewütet hat. Franzosen sind ja auch keine großen Amerika-Freunde, muss man ja auch so sagen. Ja, es hat die Franzosen und Italiener hauptsächlich verschont gelassen und vermutlich auch die Spanier, diese ganz krasse Amerikanisierung. Ich meine, die Innenstädte hier, wo wir langgelaufen sind, haben einen Triumphbogen und sowas, das ist natürlich USA pur, ne? Naja, es ist auch immer ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch mit dem Genossen gestern über die Normandien ein bisschen geredet, da ist ja auch dieser ganze Weltkriegstourismus sozusagen, das ist natürlich auch alles voll mit Amerika-Flacken und die überall stehen amerikanische Panzer rum und die feiern das massiv, wegen der Kohle halt und Saving Private Rhine. Ja, ja. Also, es hat alles so Kehrseiten, aber ich denke mal so für ein paar Tage Paris ist das schon in Ordnung, sieht man sich in ein paar Ecken an, und man freut sich ja auch immer dann, wenn man, ich weiß nicht, auf dem Place de la Concorde ist, wo, sag ich mal, die Szene vom Titelbild deines ersten Buches zum Zusehen ist, überall hast du dann so historische Orte, schon gut, ja. Ja, Notre Dame natürlich auch als Ort, an dem sich ja Wänner selber gerichtet hat, sicherlich auch, bin ich auch gerne reingegangen, wenn es möglich gewesen wäre, war ja komplett abgesperrt und mit Stacheldraht versehen durch die Bauarbeiten. Ja, also unser, ich nenne es jetzt mal Paris-Trip war halt 99% beruflicher Natur, vernetzen, eben diesen Film produzieren, ins Gespräch kommen, aber man nimmt natürlich immer auch privat was mit und ich würde jedem empfehlen, mal herzuschauen, wenn er Zeit hat, gerade über Airbnb und solche Sachen, die ich eigentlich wie die Pest hasse, aber auf der anderen Seite, muss man ehrlich sein, das ist die einzige Möglichkeit, hier irgendwie normal zu wohnen. Du hasst Airbnb? Ja, ich hasse es schon, natürlich, weil es dazu führt, dass sich Leute, also hier in dem Fall, zum Beispiel bei diesem Mann, der uns das hier vermietet, da könnte ich mir vorstellen, dass der, also wir haben es ja gestern gehört, dass in Paris die Wohnungen in den 60er Jahren brutal günstig waren und sich deswegen ganz viele Leute kleine Pariser Wohnungen gekauft haben. Kann ich mir vorstellen, dass der Mann das vielleicht von seinen Eltern geerbt hat, wohnt selber drüben in einer kleinen Wohnung, der wohnt ja hier nebenan und das Ding hier vielleicht ausgebaut hat über Jahre und jetzt vermietet. Meine Güte, was dagegen zu sagen, da verdient sich was dazu, überhaupt kein Thema, aber man muss natürlich sagen, Airbnb war ja früher in dem Sinne nur privat, also so gedacht von eben genau, was wir hier erleben. Du hast irgendwie Platz übrig und vermietest das. Idee finde ich toll. Was aber daraus geworden ist, dass du auf Airbnb zu, was weiß ich wie viel Prozent mittlerweile gewerbliche Anbieter hast, die dann auch über bezahlte Anzeigen gewisse Rankings dort haben und dann hat halt einfach Gesellschaft XY in der Berliner Innenstadt oder in der Dresdner Innenstadt halt 30, 40, 50 Wohnungen plus, die sie halt vermieten, genau wie ein Hotel und das führt natürlich dazu, dass Wohnungen teurer werden, dass der Wohnraum weniger wird, gerade in den Innenstädten, du nur noch solche Mietswohnungen hast, sich in den Innenstädten kein normales Leben mehr abspielt, sondern nur noch diese Tourismus-Miet-Scheiße und deswegen ist Airbnb aus meiner Sicht natürlich tatsächlich ein großes Problem. Und ich muss aber zugeben, ich nutze es nicht häufig, aber hin und wieder eben selber, weil in Paris kannst du kein Hotel bezahlen. Das ist also jenseits von Gut und Böse und das hier war bezahlbar so. Also das ist halt dieser Zwiespalt, aber ich sage es halt, wenn ihr nach Paris kommt, mietet euch so ein Airbnb-Ding, das ist bezahlbar und dann kann man hier auch mittendrin was verbringen, gute Zeit verbringen. Könnt natürlich auch die Handynummer von Alain de Benoit ausgeben und dann könnt ihr da anrufen, wenn ihr da für eine Nacht unterkommen wollt. Ja, auf dem Sofa. Da würde ich mich bestimmt freuen. Wobei, ich könnte es mir sogar vorstellen. Man darf natürlich nichts gegen Rauchen haben. Und gegen Katzen. Und gegen Katzen, ja. Das stimmt. Also, pio, haben wir irgendwas vergessen? Nö, die Leute werden das, den Großteil von den Impressionen, die wir jetzt hier mit Worten unzureichend malen können, eine Filmszene, der hoffentlich dann bald kommt. Und da ist dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Inhaltliches zum Film, äh, zum Buch. Ja. Gegen den Liberalismus. Wo wir jetzt ja, sag ich mal, nur drüber gestriffen sind. Ja, wir müssten fast eine Folge nochmal dazu machen, aber... Müsst ihr auch mal das Buch mal lesen, aber... Du schon, ja. Aber du hast ja alles bekommen jetzt. Ja. Gut. Klinken wir uns an der Stelle aus. Und, äh, ich weiß nicht, wann die Folge erscheinen wird. Vielleicht schon morgen, vielleicht schon übermorgen. Auf jeden Fall, denke ich, vor dem Sonntag, dass ihr habt die ganz nahen Halbleive-Eindrücke aus Paris. Und wir sagen mal Tschüss und verabschieden uns zu einem hoffentlich guten Abend. Mach's gut, Volker. Bis dann.